Die Diskussion Alles ist möglich, dass eine Frau, wie ich, heute hier zu Ihnen sprechen kann. Das ist möglich. Deine Zertifikate, dein Lebenslauf sind nicht dein Leben. Ich wünschte, ich wäre reich und wenn ich es wäre, würde ich allen Straßenkindern Kleidung, Essen, Medikamente, Obdach und Liebe und Zuneigung geben. Deine Zertifikate